Ich war heute um 8 Uhr morgens wach, um 8 Uhr morgens war ich heute wach, Fabian weißt du das eigentlich nicht, was hast du gemacht? Nein, ich hatte um 10 Uhr, glaube ich, Training oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht! Ich war einfach um 8 Uhr wach. Nein, ich war um 6 Uhr. Ja, und hast du jetzt das Spiel vorbei, oder was? Oh, nee, halte. Ey, ich hab noch nicht mal einen Punkt gemacht gegen mich. Schuhgröße, keine Ahnung, also Schuhgröße 45 hätte. Ich bin ja auch nicht so riesig, deswegen. Bei dir ist nie aufgeräumt? Doch, klar, immer eigentlich. Hallo, wie geht's? Ich dachte mir hier schon ein bisschen ausziehen, oder was? Mein Bruder schmeißt mich immer aus Spotify raus, wenn ich deinen Song streamen möchte. Oh, shit. Diese Werbung zwischendurch nervvoll. Shit, Leute, kommt die Werbung denn oft? Ja, Leute, das ist es halt, wenn man dann... Mike, schreib mir grad... Mach dich kleiner, du bist fast so groß wie dein Bildschirm. Aber wir machen ja gerade nichts. Ja, komm, stell dich mal vor hier. Sag mal... Aber sonst ist eigentlich... So ist echt... Guck mal! PAPAM! Scheiße. Bei Sims nennt man das Techtel-Mechtel. Ah, okay, okay. Gut zu wissen. Äh... Junge, du bist so faul. Ich bin nicht faul, Leute. Ich bin gar nicht faul. Ich war heute um 8 Uhr morgens. Renn doch den Frisch, Alter. Um 8 Uhr morgens war ich um 70. Hängt mir sowas. Vielleicht auch ein bisschen kleiner. PAPAM! 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 Du bist voll gut, Mann! Ich komm gar nicht durch! PAPAM! Das frühe stört jetzt! Ich spiele Just Dance. Ich hab leider keinen Just Dance. Ich hab's nicht. Hey, Mike, das ist unfair. Oder wenn's unfair ist, dann krieg ich ein Geld. Falls du so eine Familie kommst. Ernsthaft? Ja. Warum geht das Spiel? Ja, wie funktioniert das richtig? Ich verstehe... Bruder, du kannst halt so deinen Zimmer stellen. Ja. Und dann kannst du hier Häuser bauen und so. Und alles da spielen. Und deine Leute arbeiten gehen lassen. Dann muss ich auch arbeiten gehen und so. Nein! Was muss man machen? Du bist halt so... PAPAM! Krass! Ja, wenn ich damit anfange, dann... Guck mal! Tor! Hä? Was war jetzt das? Das war ein Spielfehler. Abseits! Scheiße! Ha! Guck mal! Man will doch auch mal in seinem Bett chillen. Hä? Und währenddessen einfach irgendwie Fernseher gucken, Netflix gucken oder so. Nicht die ganze Zeit nur auf der Couch so. Ne, 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 ne. Das machst du nicht. Das mach ich nicht, Bruder. Das bist du meine Mutter, Bruder. Das machst du? Bruder, ich sag nur was besser für dich ist. Weil ich kenn dich sehr gut und... Wenn du das... Oh, Amazing Mike kann jetzt schreiben. I like that. Amazing Mike. Schreib mal was rein. Ich glaube, du bist sogar gerade die Einzige, die was schreiben kann. Lass mal checken. Ob es funktioniert. Pam. Warte. Guck mal bitte, wie ich Fabian auseinandernehme. 2-0. Ey, ich mag's nicht. Ne, ja, Fabian, du hast gut gespielt, man. Ohne Spaß. Ja, aber ich mag diese Spiele einfach nicht. Chill doch mal. Das ist ein blöd... Ey, Mike, lass mir doch jetzt mal... Pam! Was? Ja, okay. Guck mal, Leute. 2-0. Fabian hat gar keine Chance. Ey, ist doch okay. Machst du jetzt mal wieder Vorsprung, bitte? Neuer Sushi. Machst du jetzt mal wieder Vorsprung, bitte? Neuer Sushi. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. 2-0 steht hier. 2-0ков. Okay, Leute, ich sag euch, wie es ist. Irgendwie... Irgendwie... Funktioniert das nicht. Also, wir können leider kein Minecraft spielen. Aber ich habe eine gute Idee. Wir spielen jetzt eine Runde FIFA, okay? Dann fahr' mir gleich... dass nur die abonnenten schreiben können mega cool wie juno genau leute so wie juno früh mega nice carolina mit twitch prime okay jetzt könnt ihr gerade nicht jetzt könnt ihr gerade nicht schreiben okay ich verstehe einmal kurz chat einstellungen auch mal den chat langsamer amazing mike wo amazing mike unterschritt unterschritt ist sogar erster krass und amazing mike hat 183 nachrichten geschickt ist auf jeden fall cool ich mach mal den chat ein bisschen langsamer ich weiß gar nicht ob es das auf playstation gibt wenn wir eine welt erstellt leute in dieser welt ist die fl gang world wir müssen ein paar einstellungen auf jeden fall auf friedlich fehlt nicht mehr so viel und das geil ist dass die leute die dann beim gewinnspiel gewinnen einfach ein privat konzert gewinnen ist ja mal komplett los ja leute ich check das nicht warum funktioniert das nicht ich erstelle jetzt doch mal eine neue welt man die welt war voll cool jetzt wirst du eine neue welt machen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020